Die Aufträge an Raghunath Das, Rupa und Sanatana In den Aufträgen an diese drei Jünger werden weite Reiche innerhalb der Unendlichkeit der Bhakti sichtbar, deren Verkündung Chaitanya jeweils diesen Schülern zuteilte. Alle drei sind klar umrissene, voneinander sehr verschiedene Charaktere. Am meisten bewegt und dramatisch erscheint die lila Sanatanas, den die distanzierte Hochachtung, die ihm Chaitanya ständig erweist, tiefes Leid bringt und der sich, voll Kram danach sehend, in größerer Vertrautheit liebend dienen zu dürfen. Rupa und Raghunath Das stehen Chaitanyas Herzen näher. Auch in ihren Werken taucht eine ganz unerwartete, dramatische Spannweite auf. Der Neffe von Rupa und Sanatana ist Jiva Goswami. Er, einer der bedeutendsten indischen Philosophen, auch Theologe, Sprachwissenschaftler und Dichter, wird erst nach dem Fortgang Chaitanyas von Nidhyananda gesegnet und nach Vrindavan entsandt. Fußnote 567, einer der bedeutendsten indischen Philosophen, ihm ist es vergönnt, die Aufträge seiner Verwandten zu vollenden und zu erweitern. Die genannten vier Meister und ihre Gefährten, Raghunath Bhatta und Gopala Bhatta, die mehrere Jahrzehnte gemeinsam in Vrindavan wirkten, werden die sechs Goswamis von Vrindavan genannt. In Klammer Meister der Sinne, Go, Sinn, Swami, Meister. Alle sechs sind die Gurus des Autors des Chaitanya Charitamrita. Raghunath Der reiche Jüngling Raghunath hatte den Rat Chaitanyas befolgt. Es war ihm schließlich gelungen, zu flüchten. Auf Waldpfaden, abseits der großen Straße, eilte er in zwölf Tagen den langen Weg von Bengalen nach Puri. Fiel Chaitanya zu Füßen und lieferte sich ihm ganz aus. In Klammer Chaitanya Charitamrita Antjalila 6.230-238 Raghunath sagte, Ich weiß nicht, was meine Pflicht ist. Gebt mir aus eurem Munde Unterweisung. Lachend sagte Mahabrabhu zu Raghunath. Dein Unterweiser ist Zwarub Damodar. Das Wesen des Ziels und des Wegs lerne du von ihm. Ich weiß nicht so viel, wie er weiß. Doch wenn du Vertrauen zu dem hast, was ich dir sage, dann halte diese meine Worte für zweifelsfrei wahr. Höre kein weltliches Gerede und sprich nicht über weltliche Dinge. Iss nicht gut und trage keine guten Gewänder. Erwarte keine Ehre, doch erweise anderen Ehre. Nimm Imadar den Namen Krishnas und tue in deinem Geiste Dienst für Radha Krishna in Vraja. In Kürze habe ich dir Unterweisung gegeben. Mit allen Einzelheiten wirst du das von Zwarupa erfahren können. Als Raghunath das gehört hatte, grüßte er ehrerbietig Mahabrabhus Füße und Mahabrabhu seinerseits umarmte ihn voll Gnade. Und erneut übermachte er ihn dem Zwarupa. Und Raghunath übte den inneren Dienst. In Klammer, das Dienen im Geiste bei Zwarupa. Über den Lehrer, den Chaitanya ihm gab, heißt es im Chaitanya Charitamrita Madhjalila 13.155-169 Zwarupa Goswamis gutes Glück spottet jeder Beschreibung. Er hat Tag und Nacht unumschränkt Anteil an den letzten Geheimnissen der inneren Lila Mahabrabhus. Allen Reichtum des Dienens im inneren Spiel offenbarte Zwarupa auf Wunsch Chaitanyas, dem Raghunath das. In Raghunathas Strophen, in gedrängtester Sprache geschrieben, kommt das Zentrum seines Lebens zum Ausdruck, in untergeordneter Rolle, als eine Manjari, eine vertraute Dienerin der Freundinnen Rathas, diesen und damit Ratha selbst und Krishna zu dienen. Der Auftrag, den Chaitanya dem Raghunath gab, bestand darin, solches Dienen innerhalb der inneren Lila darzulegen und dadurch auch dem einen oder anderen Auserwählten, der nicht schon seit Ewigkeiten daran Anteil hat, den Zugang dazu zu ermöglichen. Das innere Dienen im Geiste, in Klammer Raghunuga Bhakti oder Manasi Seva, das später zum wirklichen dienenden Teilnehmen am Dienen der Gopis in der innersten Lila führen kann und das von Raghunath im Auftrag Chaitanyas dargelegt und in seinen Strophen der Nachwelt übermittelt wurde, ist schon vorher von Rai Ram Ananda in seinem Gespräch mit Chaitanya am Ufer der Godavari folgendermaßen geschildert worden. Chaitanya Charit Amrita Madhya Lila 8.161-194 8.119-228 Ram Ananda sagt Du, Mahabrabhu, bist der Sprecher in meinem Munde und du bist zugleich der Hörer. Vernimm von dem Wege, der ein äußerstes Geheimnis ist. Die Lila Radhas und Krishnas ist außerordentlich geheimnisvoll. Sie liegt ganz außerhalb des Bewusstseins der ewigen Diener, der Freunde, der Eltern Krishnas. Nur die vertrauten Freundinnen sind dazu befähigt. Aus ihnen stammt die Entfaltung aller dieser Lilas. Ohne die Freundinnen, in Klammer Saki, kann diese Lila nicht weitersprießen. Die Sakhis besorgen die Entfaltung dieser Lila und allein die Sakhis können sie erleben. Außer den Sakhis hat niemand Zutritt zu dieser Lila. Wer mit der Brema Bhakti, einer Sakhi, sich dienend den Sakhis unterordnet, der kommt zum Ziel. Sadhya, das im vertraulichen Dienen Radha Krishnas in der Laube, in Klammer Kunja, des Haines besteht. Und außer dieser dienenden Unterordnung unter die Sakhis gibt es keinen anderen Weg. Die Liebe Radhas und Krishnas ist die Macht der Chit-Shakti Gottes. Sie ist wie diese allerfüllend, grenzenlos, in Klammer Vibhu, höchste Form des Glücks, sich selbst offenbarend. Und doch, ohne die eigenen, in Klammer Sakhis, vermag dieser Raser sich nicht einen Augenblick lang zu entfalten. Kann es also einen Wisser des Raser geben, der seine Zuflucht nicht bei den Lotussen der Füße der Sakhis nehme? Der Charakter der Sakhis spottet jeder Beschreibung, denn der Sinn der Sakhis strebt niemals nach eigener Lila mit Krishna. Doch das Glück, das sie dadurch erleben, dass sie die Lila Radhas mit Krishna zustande bringen, ist millionenfach größer als die Freude, die sie aus eigener Lila erhalten könnten. Radhas Wesen ist wie eine Schlingenpflanze von hellster Liebe zu Krishna, in Klammer Krishna Prima, die alles seine Wünsche erfüllen kann. Die Sakhis sind die Sprossen, Blüten und Blätter dieser Schlingenpflanze. Wenn diese Schlingenpflanze mit dem Nektar der Krishna Lila bewässert wird, dann haben die Sprossen, Blätter und Blüten millionenfach mehr Freude, als wenn sie selbst begossen werden würden. Wenn gleich nun auch die Freundinnen Radhas selbst keineswegs nach Zusammensein mit Krishna streben, so führt doch Radha ihrerseits mit Sorgfalt deren Zusammentreffen mit Krishna herbei. Unter mannigfaltigen Vorwänden schickt Radha die Freundinnen fort und verursacht Krishnas Zusammentreffen mit ihnen. Und sie hat dadurch millionenfach mehr Glück, als durch ihr eigenes Zusammentreffen mit ihm. Die wechselseitige Liebe der Freundinnen und Radhas untereinander trägt zur Steigerung des Rasa bei und gereicht Krishna, der diesen Prema aller Freundinnen sieht, zur großen Befriedigung. Um jedes Missverständnis zu vermeiden, prägt der Autor des Chaitanya-Charitamrita nochmals den Unterschied zwischen der Liebe in der Welt und der Liebe der Gopis ein. Der Prema, der den Gopis inne wohnt, hat nichts mit der sinnlichen Lust der Welt, Karma, zu tun. Da er aber scheinbar dieser Lust gleicht, nennt man ihn Karma. Das Ziel von Karma ist Freude für die eigenen Sinne. Während es der Liebe der Gopis eigen ist, dass sie einzig und allein danach streben, dass Krishna Glück haben möge. Wenn jemand Gier hat, nach dem Nektar des Dienens gleicht den Gopis, der gibt alles auf, was die Veden, die Pflichtgebote einer lohnbringenden Religion und die Menschen sagen und verehrt Krishna. Derjenige, der ihn auf dem Pfad der dienenden liebenden Unterordnung, Rakanuga, unter die ewige Liebe der Gopis verehrt, der eben kommt zum Sohne Nandas, Krishna. Wenn man also die dienende Liebe, Bhava, der Gopis, sich ans Herz nimmt, Tag und Nacht an die Spiele Rathas und Krishnas denkt und im Geiste, in dem entsprechenden geistigen Leib, in Klammer Siddhadeha, Dienst tut, dann kommt man durch eine Prima Bhakti, wie sie die Sakhis haben, zu den Lotussen der Füße, Rathas und Krishnas. Noch eine kurze Anmerkung von mir zu Siddhadeha. Hier steht geistiger Leib, ich würde es auch vielleicht als spiritueller Leib übersetzen, also ein nichtmaterieller Körper, also die Form der Seele, also nicht die Psyche oder der Geist, welcher aus materiellen Elementen besteht und zeitweilig ist. Der hervortretendste Zug im Wesen Raghunats liegt darin, dass er nie sich vordrängen will, niemals im verborgenen Liebesspiel des Absoluten als Freundin Rathas, dem Krishna unmittelbar dienen will, sondern denen dienen will, die direkt dienen. Kennzeichnend ist ein Gespräch zwischen Radha und Raghunat als Manjari. Vilapa Kusumanjali von Raghunat Das Radha spricht Ich weiß, was du willst, oh Raghunat Das. Du willst meine Freundin sein. Es sei so. Raghunat Nein, nein, auf keinen Fall. Außer dem köstlichen Dienen der Lotuse deiner Füße begehre ich nie, nie zu keiner Zeit etwas anderes. Ewiglich soll fernher meine Verehrung, meine Verehrung denen gelten, die wissen, dass sie deine Freundinnen sind. Die Devi Radha Ist es nicht so, dass du aus deinem inneren Herzen meine Freundschaft willst, dass du aber aus Scham um etwas anderes bittest? Raghunat Nein, nein, lass mich immer neue frische Liebe in Klammer Anuraga dazu haben, deine Dienerin zu sein. Lass mich Anuraga dazu haben. Chaitanya Charitamrita Antilila 6.281-301 6.207-307 Mahaprabhu gibt Raghunat einen Stein vom Berge Govaritan und einen Kranz aus goldleuchtenden Gunja-Früchten, die früher Shankara Ranya für Prabhu aus Vrindaben gebracht hatte. Den Kranz pflegte Prabhu zu tragen, wenn er sich die Lila vergegenwärtigte und den Stein von Govaritan verehrte er drei Jahre lang mit Tränen aus Krishnas Leib und gab ihn dann dem Raghunat. Mit dem Stein übergab Goswami Chaitanya ihn Raghunat, dem Govaritan Krishna und mit dem Gunja-Kranz den Lotussen der Füße Radhas. 16 Jahre durfte Raghunat in nächster Nähe Chaitanyas weilen und ihm dienen und unter kundigster Leitung Raghunat Raghunat Govaritan herabstürzen. Rupa und Sanatana hielten ihn davon ab. Viele Jahre lebten und arbeiteten die drei im Weihekreis von Vrindavana und Raghunat berichtete Rupa und Sanatana viel von der verborgenen Lila Chaitanyas deren Zeuge er war. Nie wollte er den geliebtesten Ort Radhas und Krishnas den Weiher Radha Kund verlassen. Ohne die Werke von Raghunat und Rupa und Sanatana wüsste man sehr wenig vom Herzensstück der Unterweisung Chaitanyas die er als Guru des Rasa der inneren Lila gab. Nämlich von der Raganuga Bhakti Solange der Atmer eines Raganuga Bhaktar sich noch für die physischen und psychischen Hüllen hält dient er mit den Sinnen und Leib und Geist und Worten die alle von Chitkraft durchglüht sind dem Herrn der Sinne Krishna und Radhas gnädiger Blick schenkt ihm Kraft der Bhakti Manchmal leuchtet ihm für kurze Zeit die ewige Lila auf und auch der Chit Leib in welchem er selbst in diese Lila zu dienen vermag und dann entschwindet alles wieder Wenn aber beim Sterben die Leibeshüllen eines solchen Adepten abfallen wird's aus der Chitkraft die ihn schon vorher durchdrungen hatte der unsichtbar bereits veranlagte Chit Leib dauernd Manifest der ihn fortab zum unbehinderten Dienen in der ewigen Lila befähigt Ragunas Das und Rupa und Sanatana sind nach der Gauraganodesha Dibhika und der Überlieferung der Bewegung von Ewigkeit her Chit gestalten aus dem Kreise der Manjeris um Radha Krishna Zur Erhöhung der Dramatik des Spiels und weil es die Intensität ihres liebenden Dienens steigert halten auch sie sich in der Lila auf Erden gleich anderen Gefährten Chitanyas oft für gewöhnliche sterbliche Menschen die meinen sie seien den Versuchungen der Maya ausgesetzt Rupa Auch Rupa kam auf Geheiß Chitanyas aus Vrendaven nach Puri Sein Bruder Anupama war auf dem Weg in Bengalen verschieden Zusammen mit Haridas wohnte Rupa in dessen abgelegener Hütte am Meer da sich beide unwürdig fühlten bei den anderen Baktas zuweilen Doch Chitanyas suchte sie täglich auf Chitanyas 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 Amrita Ant Jalila 1.51 bis 52 1.56 bis 57 Pravus nahm 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 innigsten Anteil an den beiden Krishna Dramen Vidakta Madhava und Lalita Madhava die Rupa damals schrieb Chitanyas Charit Amrita Ant Jalila 1.84 bis 91 1.94 bis 102 Als Rupa eines Tages an seinem Drama schrieb kam plötzlich Mahabrabu Rupa stand in Verwirrung schnell auf und warf sich ihm zu Füßen Prabhu umarmte ihn und ließ ihn neben sich niedersitzen Prabhu fragte Was schreibst du da? und nahm ein Blatt und freute sich als er die Buchstaben sah Schrie Rupas Silben waren wie eine Reihe von Perlen Prabhu freute sich sehr und pries die Buchstaben Als Prabhu die Strophe sah die auf diesem Blatt geschrieben war versank er in Bremer Ich weiß nicht aus was für Nektar Strömen das Silben Paar Kri Schna entstanden ist Wenn es im Munde tanzt erwächst starke Sehnsucht viele Münder zu haben Wenn es ins Ohr eingeht So wünscht man Millionen Ohren zu haben Und wenn es den Grund des Herzens betritt Da löscht es alle sinnen Welt aus Haridars war voll hoher Freude als er den Vers hörte Er fing an zu tanzen und pries den Vers Ich weiß von der Größe des Namens Krishnas aus den Shastras und dem Munde der Heiligen Aber von einer solchen göttlichen Lieblichkeit des Namens habe ich bisher noch nicht gehört Da umarmte Mhababu den Rupa und ging zum Ozean um zu Baden Auf Wunsch Prabhus rezitierte Rupa ein anderes Mal seine Scham überwindend in Gegenwart war Rupas und Rai Ramanandas den vorher wiedergegebenen Sanskrit Vers und dann noch viele andere Verse aus seinen beiden Krishna Dramen Chaitanya Charitam Rita Antjalila 1.138 bis 165 1.199 bis 221 Da sagte Rai zu Prabhu in dem er Rupas Dichtkraft preist Das ist keine Dichtung sondern ein Strom von Nektar die Essenz eines Dramas mit aller Philosophie Die Methode des Bremer ist in einer unerhörten Weise beschrieben Beim Hören wird Beben von Ananda im Herzen und im Ohr hervorgerufen Prabhu sagt Er weist alle ihm Gnade und gebt ihm das Geschenk das er ununterbrochen die die lila von vra und den raser des bremer beschreiben kann kann sein älterer bruder mit namen sanatana ist der klügste von allen auf erden genauso wie du hat er allen sinnen genuss aufgegeben er ist der höchste und dünkt sich erbärmlich zu sein die welt ist für ihn farblos geworden und er ist voll tiefer gelehrsamkeit ich habe beide brüder nach vrendaven geschickt und ihnen die shakti gegeben die bhakti shastras bekannt zu machen rai sagt du bist gott du kannst tun was du begehrst und vermagst sogar eine holzpuppe zum tanzen zu bringen all den raser den du durch meinen mund hast aussprechen lassen den lässt du jetzt wie ich sehe durch ihn niederschreiben um den bhaktas gnade zu erweisen begehrst du dass der raser von vraja offenkundig werde und durch wen du es tun willst der wird es tun die welt ist dir untertan da umarmte Mahabu den rupa und ließ ihn die füße aller bhaktas verehrend grüßen adveta nidyananda und alle bhaktas erwiesen ihm gnade und umarmten ihn dann ging brabu mit allen bhaktas fort haridas takur umarmte den rupa und sagte dein gutes glück ist wirklich grenzenlos wie groß muss der sein der das alles beschreiben kann rupa sagte ich weiß überhaupt nichts mahabrabu lässt es mich aussprechen während die bhaktas nach den vier monaten der regenzeit fortgegangen waren blieb rupa bei brabu bis zum ende des schaukelfestes in klammer dola yatra holi dann verabschiedete ihn brabu er wies ihm großen brasada in klammer gnade aus zufriedenheit und übertrug shakti auf ihn und sagte gehe nach vrendaven und bleibe dort in vrendaven und schicke einmal sanatana hierher entdecke und verkünde wo die in vergessenheit geratenen heiligen städten sind brabu umarmte ihn und rupa goswami setzte chaitanjas füße auf seinen kopf rupa verabschiedete sich von mahabrabu und den bhaktas und ging wieder über gauda nach brindaven der auftrag den rupa goswami von chaitanya erhielt bestand darin alle entfaltungen der prima bhakti darzustellen die psychologie und dramaturgie des ewigen göttlichen entfaltungsspiels der lila chaitanya charit amrita antia lila 4.2 bis 198 4.3 bis 236 sanatana als rupa von nila jala nach gauda ging kam sanatana aus matura nach nila jala einsam wandert er auf dem wege durch den wald von charikanda nach nila jala und hat große schwierigkeiten zu bestehen er muss fasten trinkt schlechtes wasser erhält einen ausschlag am ganzen leib er wird sehr niedergeschlagen und beschließt sich beim wagenfest nach dem anblick jaganats und mahababus unter die räder des wagens zu werfen damit ihn niemand berühre und dadurch unrein werde er fragte die leute wo haridas wohnt kommt zu ihm haridas umarmt ihn brabu kommt plötzlich mit den bhaktas sanatana beugt sich verehrend nieder brabu ist erstaunt sanatana bittet ihn nicht zu berühren chitanya tut es trotzdem der eiter berührt mahababus gestalt mahababu erkundigt sich wie es den bhaktas in matura geht es ist gut dass du hergekommen bist bleibe bei haridas eines tages kommt plötzlich brabu zu sanatana und sagt sanatana durch aufgeben des leibs kann man nicht zu krishna kommen könnte man ihn dadurch erlangen so würden in diesem augenblick millionen den leib aufgeben durch aufgeben des leibs kommt man nicht zu krishna sondern durch bhakti den leib aufgeben das ist finsterer dharma durch dharma voll dharma und raja kann man nicht zu krishnas füßen kommen ohne bhakti kann prima zu krishna nicht aufgehen und ohne prima kommt man nicht zu krishna als sanatana das hörte war er sehr erstaunt in klammer dass chitanya von seinem plane wusste und überlegte sich bravo mag nicht dass ich sterbe der allwissende mahabrabu hat es mir verboten dann fiel er zu bravos füß nieder und sagte du bist allwissend gnadevoll barmherzig kripalu der von niemand abhängige gott und wie du mich tanzen machst so tanze ich denn ich bin nicht unabhängig ich bin ein armseliger elender wurm von schlechtem charakter was hat das für einen zweck dass du mich am leben erhältst bravos sagt dein leib ist mein eigener besitz du hast doch deinen leib mir übergeben willst du etwas vernichten was dir nicht gehört bist du unfähig dharma und das gegenteil von dharma zu unterscheiden dein leib ist für mich ein sehr wichtiges instrument denn durch diesen leib will ich viele notwendige dinge ausführen lassen klare definition des wesens des bhakta und der bhakti und des krishna brema und der religiösen pflichten der vaishnavas verbreitung der krishna bhakti des krishna brema und der art des dienens das auffinden der in vergessenheit geratenen heiligen städten und unterweisung im entsagen wie man das nicht mehr anhaften an der welt erlangt matura brindavana ist mein eigener geliebter ort und ich möchte dass dort alle diese dharmas verkündet werden fußnote 569 dharma hier im umfassendsten sinn sinn die erfüllung des innersten wesens gesetzes einer sache auf anweisung der mutter halte ich mich in nila chale auf und vermag mit meiner eigenen kraft dort in vrindavan nicht die unterweisung in dharma zu geben alle diese arbeit will ich durch deinen leib tun wie vermag ich es zu ertragen dass du diesen leib aufgibst sanatana darauf du machst nicht tanzen wie eine holzpuppe die nicht weiß was sie tanzt bravo zu haridas hör zu haridas der da will anderen leute eigentum zerstören was jemand anderen gehört ist man weder noch verschenkt man es verbiete es ihm dass er kein unrecht begeht haridas sagt die anschauung dass ich da etwas tun könne ist falsch ich vermag nicht zu erkennen was in deinem unergründlichen tiefen herzen vor sich geht nur du vermagst zu wissen welches werk du durch irgendjemand ausführen lassen willst niemand sonst mahababu geht fort haridas umamt sanatana und sagt dein glück ist wirklich grenzenlos bravo betrachtet deinen leib als deinen eigenen besitz kein anderer ist so glücklich wie du das was er mit seinem eigenen leib nicht tun kann das lässt er durch dich in matura tun dich voll voll bringen sanatana spricht zu jagat ananda von seinem leid er sei traurig wegen seines vergehens dass der alter seines leibes bravo berührte jagat jagat ananda solle ihm raten jagat ananda rät ihm der richtige aufenthaltsort für dich ist vrindavan gehe dorthin nachdem du das wagenfest gesehen hast sanatana stimmt zu als mahabrabudas hört ist er voll zorn im herzen er ist wütend auf jagat ananda und schielt ihn solchen stolz hat also dieser jagat der student von gestern in klammer also unreif dass er angefangen hat dir unterweisung zu geben du bist mein unterweiser du bist eine respekt person und dieser kind kopf hat es unternommen dich zu belehren da ergreift sanatana brabus füße und sagt heute erst habe ich das große glück heute erst habe ich das große glück jagat anandas erfasst und heute ist mir mein eigenes elend klar geworden niemand in der welt ist so glücklich wie jagat ananda fußnote 570 jagat ananda ist in der krishna lila von dvaraka krishnas geliebte gattin satya barma diese ist radha in ihrer manifestation in einem anderen gottesreich vergleiche rupas krishna drama lelita madhava gib gib dem jagat ananda den strom deines eigenen nektars zu trinken und gib mir den bitteren saft des preisens und des respekts auch heute noch hältst du mich nicht für einen deiner eigenen leute es ist mein mangel an glück doch du bist der eigenwillige bhagavan da ist mahababu ein wenig beschämt und um ihn zu beruhigen sagt er jagat ananda ist mir keineswegs lieber wo bist du autorität und wohl bewandert in shastras und wo ist jagai der neuling der student von gestern du hast die shakti um mir unterweisung zu geben wie oft hast du mich unterwiesen in gewöhnlichen dingen und in bhakti fußnote 571 als brabu in ramakili war gab ihm sanatana den rat sogleich fortzugehen weil gefahr von hussein shah drohte die zweite unterweisung war ein bhaktar geht nicht mit einem heer von leuten nach brindavana du hast ekel vor deinem eigenen leib und doch ist mir dein leib wie nektar brabu sagt der leib eines vaishnava gehört gewiss nicht der welt an sondern der leib eines bhaktar ist überweltlich und besteht aus chit und ananda erkenntnis glück krishna krishna hat krishna hat im leib sanatanas beulen verursacht und ihn zu mir geschickt um mich zu prüfen dieser sein leib ist der leib eines ewigen beigesellen und schon vom ersten tage an habe ich den wohlgeruch von vier miteinander vermischten düften gespürt fußnote 572 das sind sandel moschus safran und aloe brabu umarmt ihn die beulen verschwanden und sanatanas gestalt wurde gold ähnlich haridas war erstaunt als er das sah und sagte zu brabu du hast ihn in charikakanda wasser trinken lassen und davon hat er beulen bekommen und mittels der beulen hast du sanatana geprüft niemand vermag den doppelsinn deine lila zu verstehen sanatana blieb bis zum schaukelfest in nila chala und brabu lehrte sanatana all das was er in vrindavan tun sollte sanatana ging auf dem wege über charikanda zurück nachdem er von balabhadra acharya erfragt und aufgeschrieben hatte in welchen dörfern an welchen flüssen und auf welchen bergen mahabrabu gewesen war und welche lila sich dort abgespielt hatte versunken in brema ging sanatana nach vrindavan verkündeten in vrindavan das dienen krishnas sanatana schrieb das bhagavad amritam aus dem ich das wesen der bhakti und des bhaktar und das wesen krishnas lehrte er schrieb den kommentar zum zehnten buch des bhagavatam der die substanz aller erkenntnis ist und aus ihm weiß ich vom rasa der krishnalila und von brema er schrieb den haribakti vilas über den lebenswandel und die pflichten der vajnavas seine werke sind unzählig er begründete den dienst für madhana gopala govinda rupa goswami schrieb den ras amritam sind in dem in essenz der rasa der krishnalbhakti entfaltet wird dann schrieb er das buch ujvala nilamani mit der eingehenden beschreibung des rasa delila radhas und krishnas und vidakta madhavam und glalita madhavam die beiden dramen in denen alle rasas der krishnalila enthalten sind zusammen mit dem drama danakili kaum mudi sind es 100.000 verse mit all diesen werken verkündete er den rasa von vraja jiva goswami der große gelehrte jiva goswami ist der sohn von rupas jüngerem bruder valabha anupama er ist ein vollkommener verzichter und kam später nach brindavana und hat dort viele bhaktishastras geschrieben er schrieb den bhagavata sandarva in dem die ganze philosophie des bhagavatam enthalten ist dann schrieb er die gopala champu in der er prima rasa und die essenz der lila von vraja dargestellt hat im sad sandarva legte er das wesen des krishna prima dar er hat 400.000 verse geschrieben als jiva von gauda nach matura ging bat er nidyananda brabu um erlaubnis brabu nidyananda setzte mit liebe seine füße auf jivas kopf und umarmte ihn als den verwandten rupas und sanatanas und sagte ihm gehe du schnell nach brindavan denn brabu chaitanya hat deinem geschlecht diesen ort als aufenthaltsort gegeben jiva hielt sich an diese anweisung und erhielt die frucht dieser anweisung indem er lange zeit hindurch shastras verkündete ich der diener grüße die füße dieser meiner drei gurus und die füße ragunata dasas jedes der vielen kapitel des chaitanya charitamrita schließt mit den worten des autors meine hoffnung sind die füße rupas und ragunatas us